Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Dead Island und schief weiterhin mit Snow. So, wir machen... Hier oben. Ja, hier ist ein Loch drin. Hüpf. Safe, der ist leer. Oh, ein Ausweis. Oh, Zombie. Ah, hauen um. So, null problemo für dich. Ja, hier liegt das Notebook. Das war's schon, oder was? Ja. Ah, klasse, Ingo. Oh, Bauplan. Was ist das denn hier? Die Boxschrotflinte. Oh, da. Echt mies versteckt, die Scheiße. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ah, hier. So, jetzt müssen wir nur wieder zurückkommen. Also, die Aussicht ist schon sehr geil. Meinst du, wenn das hier in so einer Battlefield-Grafik wäre oder so? Alter, oder Farquaad 3? Puh. Oh, 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 Kevin, du musst auch laufen. Alter, warum muss man immer springen in jedem Spiel? Ja, wir sind ja nicht beim Fahrstuhl bei W.O.W. Ja, hier braucht man auch richtig Movement. Ja. Upsa, upsa. Äh, hier müssen wir lang. Bitte? Ja, der ist drin. Hallo. Der macht ja nichts. Da kommt was hinter uns. Alter, da kommt alles im Gebüsch gesprochen. Alter, der hat mich erschrocken. Noch mehr Kunden. Alter, ich hab den alles gebrochen. Ich muss auf jeden Fall eine Reparaturbank gleich haben für die Dingeln hier. Oh, ich auch. Absolut episch, das Spiel. Also, ich bin immer noch fasziniert von dem Spiel. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Eigentlich müsste man sagen, boah, ist das ein grottenschechtes Spiel, bla bla bla, wegen Grafik und hier Bugs. Bugs wegen allem, aber ja, Steuerung schwammig und so, aber es macht trotzdem so viel Spaß. Es macht einfach trotzdem Spaß, keine Ahnung. Hier ist es eine Werkbank. Ja, erstmal rappen. Also, keine Ahnung. Also, was ich auf jeden Fall hoffe, dass das Schwimmerige in dem zweiten Teil etwas weniger ist. Würde mich aber jetzt auch nicht so stören. Nein, nein. Das ist halt Dead Island Feeling, ne? Ja, das ist jetzt kein Shooter, den du hier online spielst oder so, wo du dich dann aufregst, aber... Warum sind hier wieder alle Türen zu? Wir waren doch gerade erst hier, hä? Hier könnten wir was verkaufen. Mal wieder ein bisschen Geld verdienen hier. Oh. Schwacher Morgenstern und hier die Magnum. Ja, wo habe ich die denn? Da. Magnum weg. So, alles klar. Mal hier ein bisschen Kohle wieder reinkriegen. So, jetzt müssen wir hier durch. Und dann müssen wir hier lang. Und dann... Hier ist auch noch eine Quest. Eine weiße. Ja, weiß heißt einfach nur, dass du nicht... ...markt hast. Ja, ich mache jetzt erst mal rot. Wie komme ich denn zu? Rot bei dir da angezeigt oder? Nee. Ich hätte gedacht, ich könnte durch den Raum gehen, weißt du? Hier. Du hast es, Trebien. Okay, gib mir eine Minute. Ich werde die Formulierung mixen. Okay, gib mir eine Minute. Er wird die Dinge zusammenbauen. Dexto-Pistole. Okay, nehmen wir um 45 Cash. Alles klar, haben wir. Weiter geht's. So, weiß, würde ich sagen, erst mal. Jo. There it is. Thank you. This could make all the difference. Alles klar. Hier kriegen wir eine... ...Übermach-Hete. Oh, da hätte ich aber jetzt mit mehr Schaden gerechnet. Epische. Aber vielleicht, wenn du die updatest, kriegt die dann vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, ja, das... ...Wie ich hier hatte, die hatte, glaube ich, über 800 oder so, als ich die gefunden habe. Ja, das stimmt, ja. Beim Update ändert sich ja auch nicht die linke Zahl, sondern nur die rechte, ne? Oh, da kriegen wir... ...kurze Schrotflinte. Oh, ne abgesäckte Schrotflinte. Nicht schlecht, aber... ...hat auch so eine sehr dicke Haltbarkeit, ne? Weil die halt legendär ist, ne? Genau. Aber, ah... ...erst mal behalten's noch, würde ich sagen. Ja, also ich behalte die auf jeden Fall. Upgraden weiß ich noch nicht. Gucken. Erstmal mal hier Katana-Action. Der hat auch eine Belohnung für mich. Ja, hast du nicht aufgehoben? Gute Schrotflinte. Ja, ich hab das Fleisch abgegeben, alles. Äh, hier haben wir das nicht. Das muss irgendwie draußen sein. 235 Meter. Bei mir. Ich glaub, da kann man sogar schnell hinreisen. Das ist dieser Typ an der Arena, glaub. Dieser... Warte. Müssen wir mal gucken. Da hast du die Ahnung von. Das hast du die ganze Zeit gemacht. Also es ist halt ein Problem, wenn man die ganze Zeit zu zweit gespielt hat. Und dann will man selber gucken. Kein Plan dann. Okay. Ah, da ist er. Opis Höhle. Oh, 60 Meter. Sehr geil. Die Arena fand ich schon sehr cool. Aber es hätte echt schwerer sein können. Muss man echt sein. Okay. Hier kannst du Oleander fliegen. Mach ich nicht. Achso, ja, stimmt. Ich komme. Okay, und dann werde ich dich führen. Alles klar. Dann müssen wir dem jetzt hinterher. Also der geht richtig scheiße. Was ist der für eine schicke Hose an? Ja, Junge. Der zieht die nicht runter beim Kacken. Ja, der kackt in den Streifen. Der Vogel. Ein Teufel zu ernannt. Oh, scheiße. Ah, hier geht's geil mit sichern ab. Ist das hier Hauptquest? Nein, ne? Hauptquest geht immer gut ab. Ja. Oh, hier sind Früchte. Wenn du esst. Was labert der da? Ja. Traumzeit ist mir bei uns. Erwartet die Dunkelheit. Er hat wohl zu viel Oleander geschnupft. Also, das würde ich glaube ich auch sagen, weil die Zusammensetzung des Satzes hat ja nicht mal richtig gepasst. Ja, er hat wahrscheinlich keine Schule besucht. Das könnte sein. So wie manche Kinderbäume. Oh, ich seh Zombies. Oh. Oh, er läuft auch. Guck mal, wie er abgeht hier. Oh, der ist mad. Oh, Alter. Ich hab den ge... Das muss mir erstmal einer nachmachen. Oh, hier sind wieder Früchte. Wollen gleich hier alle auffressen. Mampi, Mampi. So. And the sea. And the land. And everything alive. And everything that isn't. Alles klar, Maka. The great serpent who created the sea. And great mother. Who gave us life. Still watch over us. And many other great... Oh, hier. Wum, wum. Keine Ausdauer. Er wollte sich ein Zombie von hinten an uns runterziehen. Weg mit dir. Oh. Hast du das gesehen? Nö. Ich bin gesprungen und in der Luft hab ich ihn... Hab ich eh gedrückt, um den Kopf zu zermanschen. Ja, wie nice. Nice. Der mittleres Medikid. Crap. Ja. Kann ich schon gar keins da mitnehmen. Ich hab so viele. Weil du dir jetzt so viel findest. Ja. Ich kann ein paar Deo-Bomben auch. Monotov kocht der. Hab ich noch einen. Wir müssen mal, wenn wir an Händlern vorbeikommen, gucken, ob die Klebeband und Deo verkaufen. Klebeband hab ich vorhin welches aufgehoben. Ja, aber ich meine so ein paar mehr. Also 10, 20 Stück. Boah, das ist von nebenherum. Alter, das ist so ein dicker Alter und ich stehe davor. Alter, ich bin tot. Ich brauche... Oh, lol. Ich war... Ja. Bin gleich wiedergeboren worden. Hat ja nur 7000 gekostet. Hier, gib ich mir den Rest. Na, weiter. Ich brauch den dicken Hammer, so. Lol. Homerun. Lol, da hab ich den dicken weggekickt, Alter. Aus dem Stadion raus. Was ist denn, Alter? Ich kann schon wieder nicht mehr, weißt du? Schau mal hier, ihr Ding, weil die Teile... Das Spiel ist so übel. Hier sind wir jetzt. Auf der Rückseite von... Lol. Ja, der will ja zu unserem Boot. Ah, wir sind jetzt da bei dem Boot. Bin ich mal gespannt, wie es dann gleich weitergeht. Echt? Also... Weiter nach oben. Na, eine Treppe. Da geh ich mal hoch. Ja, da geht er auch rein. Ausweis und... Patte. Oh, und hier. Bedürfnis die Drehstufe 3. Ja, er geht hier weiter. Na, ich komm doch mal hoch. Da bleibt er eh stehen, der Blödmann. Ja, ist eh Crap drin. Ich nehm das mal mit. Ja, aber den Ausweis will ich mitnehmen. So, weiter geht's. Ja, wir kommen doch schon. Bleib geschmeidig, Maka. Oh, Jim Beam. Oh, einmal kaputt machen hier. Oh, hier ist ein Workbench. Eins. Ach, wir sind schon bei uns im Boot. Aber ich geh jetzt erstmal reparieren. So, das haben wir. So, mit wem müssen wir jetzt hier reden? Äh, mit gar keinem. Wir sollen hier aufs Boot. Soll ich drücken? Bist du soweit? Ne, warte. Ich guck halt hier noch nach... Okay. Bauplan Deo-Bombe. Ein paar kann ich bestimmt wieder stellen. Oh, eine konnte ich herstellen. Wahnsinn. Äh, modifizieren denn? Doch, Bauplan Deo-Bombe. Modifizieren. Mal gucken, was mir fehlt für... Machete um die... Ja, ich konnte auch eine herstellen. Donnerwetter. Boah, scheiße. Wie viele Mods haben wir denn hier? Du blickst ja gar nicht mehr durch. Ja. Wann, jetzt nochmal der gute Macheten-Mod. Diamanten habe ich sogar zwei. Loll. Wo ist denn jetzt meine Deo-Bombe? Hier, eine Klinge. Hier liegt die Deo-Bombe. Klebewand und Draht. Die Deo-Bombe liegt auf dem Boden, ne? Also kannst du nehmen. Ich kann nichts mehr tragen. Ja, du hast die in der Hand. Nicht fallen lassen. Bist du soweit oder wolltest du bauen? Ja, ich habe keinen Klebe... Also mir fehlt Klebewand und Draht. Ja gut, das Klebeband habe ich gerade verbaut. Ich auch, für die Deo-Bombe. Okay, dann Abflug, ne? Jo. Alles klar, weiter geht's. Ladebalken, Kapitel 14, die Pool... Aber ob wir die Waffen jetzt upgraden oder nicht, wir sind sowieso fat. Oh, wir sollen... Well, hurry up, okay? This place is evil, as evil can be, brothers. Beeilt euch, okay? This place is evil, as evil can be. Wir werden uns beeilen, natürlich, natürlich, natürlich. Ja, wenn er schnell läuft, kommen Zombies. Cool aus hier. Ja. Da hinten sieht das aus wie eine Arschgeburt. Die Statue. Jo. Da, ich sehe einen. Du hast doch schon auch was, oder? Ich meine, ich habe noch einen Zorn, wie ich... Oh, ich habe hier so einen Dicken. Ah, schaffst du schon. Ah, hier liegt eine grüne Machete. Jawoll, ich habe den Dicken weggeschleudert. So einen Erfolg für gekriegt. Ja, episch, Alter. Leute, der läuft zurück. Mein Typ läuft zurück. Guck mal. Jetzt läuft der... Hä? Ja, der wollte mich abholen. Der schiff ohne mich, Junge. Ah, wie geil. Wir sagen wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Dead Island. Bis morgen. Tschüss.